Die Lübecker Bürger können den Bürgermeister erst seit 1998 direkt wählen. Zuvor wurde er von der Gemeinde oder Stadtvertretung gewählt. Der Vorschlag für einen Bürgermeisterkandidaten kann von einer in der Bürgerschaft vertretenen Partei oder Wählergruppe eingereicht werden. Mehrere in der Bürgerschaft vertretene Parteien und Wählergruppen können gemeinsam einen Vorschlag einreichen. Außerdem kann jede Bewerberin und jeder Bewerber für sich selbst einen Wahlvorschlag einreichen. Dafür müssen Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten in der Hansestadt Lübeck eingeholt werden, und zwar das Fünffal.